Wenn man Nürnberg hört, denkt man erst einmal an kleine Bratwürste, leckere Lebkuchen und den weltberühmten Christkindlmarkt. Dass die zweitgrößte Stadt Bayerns aber weit mehr zu bieten hat, wird oft unterschätzt. 950 Jahre nach seiner Gründung ist Nürnberg eine lebendige und sehr moderne Halbmillionenstadt voller Atmosphäre und Gemütlichkeit, die zum Flanieren, Besichtigen und Entdecken einlädt. Dieses einzigartige Flair spürt man besonders, wenn man durch die Innenstadt mit den vielen Sehenswürdigkeiten und Shoppingmöglichkeiten bummelt. Wir haben die Stadt erkundet und zeigen Ihnen heute, wie ein perfekter Tag in Nürnberg aussehen kann. Die 7 Fashion Lounge gehört seit ihrer Eröffnung zum festen Inventar in Nürnbergs aufregender Modemeile, obere Wirtsstraße. Labels wie Drycorn, Alpha, Prima Base Boots, Sea by Chloé, Pöterei oder Dumont locken Modebegeisterte aus nah und fern zum Shoppen und Stöbern. Alle zwei bis vier Wochen kommen neue Teile aus aller Welt in die 7 Fashion Lounge. Ein absolutes Muss für alle, die Mode lieben und gerne einkaufen. Wer eine elegante Atmosphäre für ein Dinner oder einen feinen Cocktail schützt, ist dem angesagten Mary Dines genau richtig. Das Mary Dines ist ein Restaurant, eine Cocktailbar, eine Gartenlounge, ein Ort einfach, wo Menschen sich gerne treffen, schön essen gehen, super Cocktails trinken und einfach einen schönen Abend gemessen. Auf der Speisekarte stehen feine, mediterrane Gerichte und eine Vielzahl von klassischen Cocktails und erlesenen Getränken. Als erste Übernachtungsmöglichkeit in Nürnberg gilt das N.H. City Hotel im Zentrum der Stadt. Das N.H. City ist das neueste Vier-Sterne-Hotel in Nürnberg, liegt zentral, 300 Meter entfernt von der Fußgängerzone, mit guten Anbindungen zu allen Sehenswürdigkeiten der Stadt Nürnberg. Die 244 Hotelzimmer sind komfortabel und geschmackvoll eingerichtet. Ein weiteres Highlight ist das hoteleigene Restaurant mit der molekularen Küche, das inzwischen zu den kulinarischen Top-Adressen Nürnbergs gehört. Die modernen und stylischen Innenräume des Parkcafés sind mit der langgezogenen Bar im Zentrum der Treffpunkt schlechte in Nürnberg. Wer in gemütlicher Atmosphäre eine lange Partynacht einleuten will, ist hier genau richtig. Die Cocktails des Parkcafé sind längst legendär, denn hinter der Bar stehen wahre Meister, die ihr Handwerk von der Pika auf gelernt haben. Das Interieur besticht durch rot-orange Töne und gemütlichen Sitzecken. Nicht umsonst gilt das Parkcafé als eines der Inlokale der Stadt. Die Rakete ist ein kleiner und doch sehr cooler Club in Nürnberg. In entspannter Atmosphäre tanzt hier ein gemischtes Publikum zu Elektro, Haus, Techno, aber auch Indie, Soul und Funk. Neben bester Musik ist die Rakete vor allem für faire Preise und tolle Partys bekannt, die bis in die frühen Morgenstunden dauern. Nürnberg ist nicht nur zur Weihnachtszeit eine Reise wert, sondern begeistert das ganze Jahr über mit Facettenreichtum, Charme und einem tollen Unterhaltungsangebot. Weitere attraktive Städteporträts und hunderte von Ausgehtipps finden Sie auf cityguide.com. Vielen Dank. Vielen Dank.